Hey Freunde und willkommen zur Pesadelo Regraschao. Die Leute, die schon seit der Erfindung des Internets dabei sind, wissen vielleicht, dass ich schon ein Pesadelo-Teil gespielt habe. Und ich mich so gut wie gar nicht mehr an das erinnern kann, was dort passiert ist. Aber ich hab gesehen, dass Bruga das hier gespielt hat. Und ich war eh auf der Suche nach neuen Horrorspielchen, weil gestern haben wir ja auch noch Slenderman gespielt. Und heilige Scheiße, ich bin jetzt... Ich bin immer noch ein bisschen baff von Slenderman gestern. Denn das war ja unglaublich. Und ich hoffe, Pesadelo kann da mithalten mit den Jumpscares. Und wir legen jetzt einfach mal los mit einem neuen Spielchen und schauen, was abgeht. Hier ist die Steuerung nochmal erklärt. Ach, Steuerung, ist alles das Gleiche hier. Zeig mir lieber, was abgeht, Mann. Was ist die Story, hä? Was heißt überhaupt Pesadelo? Regradaso. Ich habe keine Ahnung. Aber ich bin Gespäude. Aha. Die untersuchen hier Menschen, oder was? Der Feuerlöscher. Hat der was mit der Story zu tun? Der alte Mann untersucht mein Gehirn die ganze Zeit. Das sind... das sind wir. Wir werden grad gescannt. Wahrscheinlich ist das sowas wie, hey, wir werden jetzt irgendwie in eine andere Welt befördert. Oder es geht hier gleich irgendetwas schief. Oder etwas ganz anderes. Ich weiß es noch nicht. Pesadelo. Und da sind wir. Und wir liegen komischerweise genauso rum wie in der Cutscene. Es geht bestimmt darum, dass wir... Naja. Dass jetzt irgendwie unsere Erinnerung irgendwie rekonstruiert wird. Und ähm... Naja, vielleicht haben wir jemanden umgebracht. Vielleicht ist es einfach nur der Versuch wie in Soma eine Welt zu kreieren, in der wir leben. So gedanklich mäßig. Das ist aber echt schick hier eingerichtet, ne? Ja, Facepalm, ey. Oh, scheiße. Was ist das für eine Wohnung hier? Ja, das sind wir. Sieht ein bisschen aus wie Isen. Die Erlebnisse von Isen. In Spanien. Ne, Portugal. Das ist portugiesisch hier, ne? Alles klar, da sind wir. One ink added and one flashlight added. Okay, alles klar. Muss das Spiel, glaub ich, ein bisschen heller machen. So, und lauter gemacht hab ich das Spielchen auch. Okay, Pesadeo. Was hast du drauf, Mann? Zeig mir deine Jumpscares. Open your backpack, B, and equip flashlight. Achso, ich muss jetzt mein Backpack öffnen. Alles klar. Ich fühl mich schon ein bisschen wie Dora. Ähm, equip. Wir können sogar Sachen kombinieren. Oh, Mann. Das ist auf jeden Fall, ähm, ist auf jeden Fall eine Weiterentwicklung zu dem letzten Spiel hier. Die sind dran geblieben, Mann. Hab ich es jetzt oder nicht? Und ja, hier ist es doch. Press F to ignite turn off. Oh, da kommt das erste Rätsel. Ich weiß nicht. Rüberhüpfen vielleicht? Nein, das geht nicht. Auch wenn wir wahnsinnig hochspringen können. Vielleicht, haben wir Füße? Haben wir nicht. Wir müssen uns ducken. Oh, okay. Ein sehr innovatives Spielerlebnis hier. Find a Gravedigger. This place looks familiar, but I can't remember when I've been here before. Maybe someone can explain what is going on. Den Gravedigger finden? Also auf dem Friedhof würde ich gerne alles finden, außer den Typen, der hier Gravedicks dickt. Hey, Mr. Gravedigger. Ja, und wieso klingt das übrigens die ganze Zeit so, als würde ich hier jemand rumlaufen? Hört ihr das? Das ist, glaube ich, ein Bug, weil das klingt so, als würde ich laufen, aber ich laufe nicht. Verdammt, hör auf damit. Ist er da drüben, dort, wo das Licht so leuchtet? Hä? Oh, es ist ausgegangen. Das Haus hatte kurz eine Erleuchtung und jetzt nicht mehr. Blut auf dem Boden. Eine alte Frau, Mann. Weiß ich noch nicht, finden wir raus. Hi. Hold to talk. Okay. Ah, jemand, finalmente. Der Herr kann mich helfen? Ich weiß nicht, wie ich hier bin. Ich weiß nicht, wo ich bin. Ah, nein. Ich war nicht gut, was ich erwartet, aber... Wer ist denn, mein Herr? Ähm, äh, sí. Aber das ist der Grund, was funktioniert. Äh, sí, 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 sí. Sí, mein Freund, sí, mein Freund. Ähm, uno, la, la, la Hilo, la... Nemo axto, zu verteidigo. Äh, vielleicht. Und, äh... Ich deco everything, that I find. Okay, hold to safe progress. Ah, guck mal, wir haben gespeichert. Sehr schön. Und hier ist noch etwas. Aha. Okay, gibt es hier Pflanzengegner, oder was? Fleisch, vielleicht sind ja Pflanzen. L to translate, ach, das kann ich schon, das kann ich schon, hä, das leuchtet nur, da wird nichts übersetzt, das leuchtet einfach nur, ihr seid aber Witzbolde, be careful, poisonous plant, ach so, da oben ist die, es ist schon übersetzt, alles klar, gut, ähm, das nehme ich jetzt auch mit, und, was genau soll ich jetzt tun, mein Freund, hm, ich muss jetzt irgendwie so ein Mittel finden, um ihn, um seine Wunde zu verheilen, aber das Ding ist halt, ich weiß nicht genau, was du jetzt von mir willst, soll ich das hier mitnehmen, ich glaube, da habe ich so eine Pflanze gesehen, oder, ja, das war die, und da war irgendwie, glaube ich, eine Spinner, abgebildet, oder sowas, kann ich hier nochmal nachschauen, was abgeht, Documents, aha, das hatten wir, ich hätte gern das hier, Receive the Elixir, ich dachte, das ist erstmal so eine kleine grüne Spinne, und da wollte ich schon sagen, hey, uno lo leque mi chamasho, denn ich finde keine grüne Spinne für dich, und einmal hat zwei O, also einfach nur Wasser, mhm, mhm, das können wir kombinieren, und dann, alles klar, gut, wird doch kein Problem sein, oder, ich meine, wo soll man sonst ein, ein Fläschchen Wasser finden, wenn nicht auf dem Friedhof, ne, weil, was ist, was passiert, wenn zum Beispiel ein, einer aufsteht, oder so, eine Zombie-Apokalypse, Apokalypse stattfindet, ne, dann, ähm, haben die ja auch Durst, kein Wunder, dass sie angepisst sind, und Menschen jagen, weil die hier nichts zu essen und nichts zu trinken haben, aber hier in Pesadelo haben sie dann gedacht, und die Zombies, die bekommen noch Wasser, und hoffentlich was zu essen, Fleischfressende Pflanzen gibt's hier, eigentlich auch ganz gut, ne, oh, ist da Wasser drin, ne, von da kamen wir auch, mhm, dann muss ich vielleicht, äh, diese weitere Pflanze einsammeln, Oh, brauche ich mehrere? Es kann sein, dass ich mehrere brauche, die Frage ist nur, wo ist die Flasche? Oh, sehr witzig, ich bin die Flasche, ja, 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 geh jetzt runter, Hand, und geh weiter, so, ähm, denn wir haben eine kleine Mission, und wo sind diese Fleischfressenden, oh, da leuchtet was, ich glaube, das ist irgendwie so ein kleiner Hinweis, ne, so ein klitzer, kleiner Hinweis, guck mal, wir müssen die alle einsammeln, okay, wir brauchen mehrere, gut, kein Problem, alle einsammeln, d Also, ich muss sagen, dafür, dass wir hier gerade auf dem Friedhof unterwegs sind, ist das gar nicht mal so gruselig, ne, ist ganz gut, oh, hier ist überall Blut, aber ich glaube, das gehört ihm, oh nein, was ist, oh, oh, nein, hey, 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 hör bloß auf, ey, jetzt nicht ausgehen, Taschenlampe, ich brauch dich noch, mein Gut... Oh Gott, ich hab gerade ein Flashback, oh, warte mal, vielleicht, vielleicht hab ich ja schon die Wasserflasche bei mir. Vielleicht kann ich das irgendwie mixen. Zeig mal hier. Ähm, Inventory. Ich hab die schon. Hier eine Wasserflasche. Combine damit. Boom. Und das geben wir ihm jetzt. So sieht's aus, Mann. Ich Idiot. Natürlich nehm ich eine Wasserflasche mit, wenn ich einen kleinen Spaziergang zum Friedhof mache. Ja. Äh, mein Freund. Äh, uno, uno grüno Wasserro. I have one. Ähm, juice. Aber scheiße, ich hab's getrunken. Ein Moment, bitte. So. Jetzt müsstest du's haben. Also, jetzt kann ich's dir geben. Sie? Sie? Oh, er zeigt uns den Weg. Wow, 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 wow. Der sieht aber echt aus wie... Das ist voll ne Frau, Mann. Aber gut. Überraschung. Kann ich die Axt echt nicht mitnehmen? Aber ich kann's speichern, oder? You need a clipboard sheet to save your progress. Ach so, man kann nicht immer speichern. Ha. Das ist... Das ist gut, ne? Das ist gut. Meine Güte, was hatte ich überhaupt erwischt, Mann? Äh, tiin un uto curviro aqui, der mit mir gearbeitet hat. Er hat so viel Zeit planten Menschen auf der Erde. Aber ich spreche von planten. Er hat eine verrückte Manie, um zu beurteilen, um zu beurteilen. Okay, im Saufwingen, okay. Er ist ein guter Mann. Ich glaube, dass du ihn in der Mitte des Cemeteryen finden kannst. Ja. Den werde ich schon finden, Mann. Den werde ich schon... Das klingt auch ein bisschen so schlampig geredet, ne? Diese Sprache. Aber irgendwie so locker. So chillig. Oh nein, du... Nein! 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 Da war gerade was nicht Gutes, Mann. Du darfst dann... Nein, lass es zu. Du bist ein Idiot. Warte, ich werde dich öffnen. Ich habe eine Schade. Warte. Äh... Mhm. Danke. Du kannst ruhig vorgehen. Ich sichere den hinteren Bereich hier. Okay, du willst, dass ich vorgehe, oder? Alles klar, macht's gut, ne? War schön mit dir. Go down to the cave. The Gravedigger told me that there is another Gravedigger at here is the... Okay, auf jeden Fall müssen wir runter. Ich nehme das hier einfach mal mit. Äh... Kills everything, use with care. Das tötet jeden? Das ist gut, denn ich habe da etwas gesehen, was ich töten möchte. Ähm... Oh, wurde mir gezeigt, wie ich das kombinieren kann oder erstellen kann? Nääääää... Kann man nicht. Kann man nicht, kann man nicht. Aber ich brauche das. Da steht auch hier so Pflanzen, ne? Dass man dann mit Pflanzen vielleicht töten kann. Das ist gut, weil hier gibt es ja anscheinend fleischfressende Pflanzis. Und... Ich mag keine fleischfressenden Pflanzis. Und Dürre Typen. Das bestimmt der Gravedigger. Hey, Gravediggy! Das klingt die ganze Zeit, als würde mich jemand verfolgen, Mann. Das ist nicht cool, ey. Ähm... Auf jeden Fall... Es ist doch das Monster, glaube ich, ne? When you're down, you'll make less noise. Oh, oh, ich soll jetzt schon... Es geht jetzt schon los mit dem... Verstecken und so. Uiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiiung Nein, 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 oh Gott, oh Gott, besser Teo, besser Teo, ich hab zu viele Tortillas gegessen, ich pass da nicht rein. Oh, leck mich, oh, leck mich am Arsch, oh nein, 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 schneller, go. Boah, du Schildkröte, alles klar, wir haben's geschafft, alles gut, alles gut, außer gut, alles gut. Ähm, vielleicht können wir irgendwie hier rein oder so, da war auf jeden Fall eine Tür. Aber erstmal warten wir, bis der Typ an uns vorbeigegangen ist. Oh, der geht weg. Nice. Okay, können wir hier rein? Bitte sag mir, dass wir hier rein können. Meine Nase läuft, Mann. Die läuft immer, wenn... ...wenn sie weglaufen muss vor gefährlichen Dingen. Deswegen läuft die Nase. Was ist das hier? Kann ich damit speichern? Oh mein Gott. Light Eyes. Eyes turn red when they detect you. Acute hearing. They have a great hearing. Stay low. Do not make noise. They cut and can make you very sick. Okay, also immer ruhig sein und die können mich töten. Alles klar? Gut. Und... Ein Clipboard, um zu speichern. Das mache ich auch direkt, Mann. Alles klar. Salvar. Oh, dann geht es jetzt mal weiter. Ich glaube... Nein. Er steht dort. Das ist... Wie Slenderman, nur ohne Anzug, das Ganze hier. Ui, der Stampfzucker. Ist das ein anderer? War das ein anderer? Das ist ein anderer. Das ist ein großer. Das sind ja mehrere. Hör auf damit. Alles gut, mein Freund. Alles gut, mein Freund. Alles gut, mein Großer. Okay. Sind anscheinend nicht so ganz die hellsten. Okay, gut. Nehmen wir mal jetzt unsere Eier in die Hand und bewegen uns Richtung irgendwo hin. Zu einem Gravedigger, den wir wahrscheinlich auch wieder heilen müssen. Aber leider habe ich ja keine Wasserflaschen mehr, weil ich eine geäxt habe. So, okay. Gib Gubi, Gib Gubi, Gib Gubi, Gib Gubi, Gib Gubi, Gib Gubi, Gib Gubi. Kann sein, dass das der richtige... Au, au, ah! Was lacht mich hier aus, Mann? Bitte! Das war gerade eine Frau, die mich ausgelacht hat, Mann. Ha! Doofe Kuh. Und dieses Tor müssen wir wahrscheinlich öffnen, oder? Elevator en manualitazo. Ja, okay, gut. Das heißt, so viel wie, ähm, dass diese Tür und der Fahrstuhl dahinter sehr defekt sind und wir den Gravedigger aufsuchen müssen, der uns das Ganze eröffnet und aufschließt. Ja, die Sprache ist sehr... Sie fässt alles sehr kurz. Das gefällt mir an der Sprache. Und wisst ihr was? Ich gehe jetzt einfach mal ganz kurz um die Ecke. Oh, 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 Alter, dadada, dadada, einfach hier so, zack. Komm schon, einfach dran vorbei und auf zum Gravedigger. Ja, der geht gleich da hin. Dann kommen wir dann easy peasy dran vorbei. Wobei, ich komme nicht auf Mann, verdammt nochmal. Kann sogar die nicht drüber rollen. Oh Gott. Okay. Die! Huh, den Stammfahrt, den hören wir ja. Den müssen wir eigentlich hören. Aha. Was ist das hier? Protect your mind, your memories. Ja, das sind auch alles Hinweise darauf, dass wir in so einer Maschine sind. Hier könnten wir speichern. Ne, das können wir benutzen, um zu speichern. Okay. Eigentlich schon eine ganz nette Idee auf jeden Fall. Oh mein Gott. Aber. Auch nervig, dass man nicht die ganze Zeit speichern muss. Ich kann mir schon sehr vorstellen, dass es frustrierend wird. Was ist hier? Hold, open, close. Okay, einfach mal öffnen. A meaningless piece of paper. Ja, ja, das sagst du einfach so. Da steht eine 15 drauf. Das ist ein Code, den wir brauchen. Meaningless. Yo, Idioto. Idioto, Giotto. Gut, wir müssen irgendwie am Großen vorbei. Wir müssen irgendwie an ihm vorbei. Da hinten läutet es auch schon wieder. Entweder dort landet gerade ein Ufo. Oh, da. Hör auf. Drecksvieh. Der poturiert dort. Ich muss nirgendwie weglocken. Und ich brauche unbedingt Heilung, weil sonst bin ich gleich Geschichte. Ach, kann es sein, dass er verbuggt war und gegen die Mauer gegangen ist und deswegen nicht weitergehen konnte? Ich glaube, der war verbuggt, ne? Ich glaube, der Dude war verbuggt, ey. Ich fass es nicht. Junge, das ist die krasse Zika hier überhaupt, ne? Nerd. Eui, 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 eui. Ich muss irgendwie an ihm vorbeikommen. Geh weiter. Geh weiter, ja, der geht zurück. Sehr schön. Und jetzt einfach drin vorbeischleichen. Und den ganzen Pesatelos ausweichen. Und vielleicht den fleischfressenden Pesatelos. So, es sieht so aus, als wäre hier gar nichts Böses. Okay, das kann vielleicht ein Hinweis dafür sein, dass hier etwas ganz Böses ist, aber ich sehe hier noch nichts. Und deswegen behalten wir uns jetzt mal und nähern uns dem leuchtenden Teil... Oh, da ist einer. Oh, da ist einer. Aber wir gehen hier so lang. Ah, hier ist der Fahrstuhl. Aha. Turn on the Power Generator to reactivate the elevator. Okay, aber wie? Warte mal, warte mal. Ich sollte mir das vielleicht auch durchlesen, ne? Wie das funktioniert. Ähm, irgendwas aktivieren, was ihm Power ergibt, bestimmt. Ja, ist klar. Oder vielleicht dem leuchtenden Teil dahinten folgen. Alles klar. Oh. Oh, der hat was gerochen. Oh, der hat was gerochen. Oh. Alles klar. Okay. Sind die blind? Ich frag nur, Mann. Ich frag nur. Soll jetzt nichts gegen dich sein? Das klang vielleicht ein bisschen böse, aber... Naja, wie soll ich sagen? Du standest fast in mir. Du hast dich mal gemerkt. Ta-da-ta-da-ta. Oh, da kommt wieder ein Riese. Aber die sind ja alle blind. Eigentlich könnte ich auch hier rennen, denke ich. Wer weiß, wie langsam die sind. Vielleicht können die gar nicht laufen oder sowas, ne? So. Okay. Biss der Deo. Ach, der ist da hinten. Da! Au! Nein, nicht sterben. Nicht sterben. Was hat mich gebissen, Mann? Ich hab nicht mal etwas gesehen. Ich hab keine fleischflässende Pflanze gesehen. Da ist wieder so ein Schild. Ich glaub, ich muss das auch öffnen. Und hier ist der Generator, wie es aussieht. Und dafür brauchen wir bestimmt den Zahlencode, hä? Ja, ja, ja. Bei Holly hat's Klick gemacht. Bei Holly hat's Klick gemacht. Er ist verstanden, Mann. Nein, da fehlt eine Batterie. Scheiße. Ui, 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 ui. Ja, wir müssen hier eine Batterie einsetzen. Aber die werden wir gleich schon finden, Mann. Was ist das für ein Zischgeräusch? Ich will da hinten hin. Das kann doch nicht sein, dass du jetzt hier stehst, Mann. Oh, Junge. Nein, 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 nein. Das gibt's nicht. Ich bin einer fleischfressenden Pflanze gestorben. Oh, besser dir, oh. Und jetzt muss ich das vom letzten Speicherstand wieder laden. Oh, Mann, was ist das? Obscuritas nur auf Portugiesisch oder was? Ha, äh. Wollt ihr noch mehr davon sehen? Oder wollt ihr nicht mehr davon sehen? Schreibt's mir einfach mal in die Kommentare. Vielleicht finde ich dann doch noch ein besseres Horrorspielchen. Ich wollte mir das einfach mal ansehen, weil, ähm, ich wollte mein Horrorspielchen spielen, hab's bei Bruga gesehen, dachte mir, hey, die Demo war eigentlich ziemlich gut, aber naja, ich hab's ein ganzes Spielchen draus gemacht. Hm, ich bin mir ein bisschen unsicher. Oh, nein. Warte mal, ich will da mal ganz kurz testen, wie es ist, wenn ich jetzt hier einfach mal durchrenne. Einfach mal kein Respekt vor den Monstern habe. Oh, 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 oh. Ich meinte kein Respekt. Guck mal, den interessiert's nicht, Mann. Dü, 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 dü. Ach, da hinten müssen wir jetzt natürlich uns auch noch den Zahlencode holen. So. Denn das wurde ja auch nicht gespeichert. Oh, ja. Open. Zack. Her damit. Jupp. Akzeptiert. Und jetzt sollten wir ein bisschen Ausschau halten nach weiteren. Warte, ist das da eine Kerze da hinten? Ja, es kann sein, dass da hinten auch eins ist, ne? Ja, da ist eins. Dudes, ich hoffe, es stört euch nicht, wenn ich da... Da ist so ein Zahlen... Nur den Code will ich haben. Nur den Code hier drüben. Hm. Danke. Au, das tat weh, ey. Komm schon. Ich beeile mich ja schon. Oi, oi, oi. Die sind ja ganz gefährlich. Oh, ich hab ne Ausdauerleiste, seh ich gerade. Oh. Scheiße, ich dachte, ich kann nun endlich weit rennen. Oh, nein, 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 nein. Ähm. Au, das ist ne fleischfressende Pflanze. Sie hat mich wieder getötet. Okay, gut. Wir werden uns nie eine fleischfressende Pflanze holen, weil ich glaube, ich werde an ihr sterben. Bevor deine Fliege reinfliegt, fliege ich da aus Versehen rein. Wollte ich nur mal kurz geklärt haben. You are dead. Du bist selber Vater, ey. Vielen Dank fürs Zusehen, Leute. Wenn ihr noch mehr sehen wollt, sagt mir Bescheid oder ich suche ein anderes Rohrerspielchen. Vielleicht kennt ihr ein gutes, welches sich mal schocken soll. Dann könnt ihr es mir gerne in die Kommentare schreiben. Und, ähm, naja, vielleicht sieht man sich dann demnächst wieder. Besserdeo. Das Spiel hat übrigens 2 Euro auf Steam gekostet. Hä. Runtergesetzt von 5 Euro. Muss ich doch noch ungefähr 20 Videos machen, um das wieder reinzukriegen, was? You give money. You give money.